Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Persia X und auch um Aljoscha, das Exposed-Video von Persia X und auch meine Meinung dazu. Und ich wurde oft gefragt, Mensch, möchtest du nicht auch mal was dazu sagen? Hast du dich schon von ihr distanziert? Oder wie sieht's denn bei dir aus? Auf welcher Seite bist du? Und ich muss ganz klar sagen, ich bin auf der Seite von Persia X und ich möchte hier auch mal so ein bisschen mich auf die Seite von ihr stellen, weil ich das jetzt momentan, was auch abgeht, nicht cool empfinde. Man kann ja Kritik äußern, man kann einzelne Punkte auch anders sehen, das ist durchaus erlaubt in unserer Welt. Das scheint gerade in der Meinungsblogger-Szene nicht so gern gesehen zu sein, dass man auch mal anderer Meinung sein darf und kann bei einem gleichen Thema. Oh Gott. Und es ist dennoch so, dass jetzt Persia X von verschiedenen Leuten ein Exposed-Video abbekommen hat und grundsätzlich ist es ja auch okay, wenn man Sachen kritisiert. Da wurden allerdings auch Sachen rausgesucht, die Jahre her sind, die ich schon vor Jahren kritisiert hatte und wo ich auch gesagt habe, Mensch, sie hat sich doch seitdem wirklich teuer entwickelt. Ich habe regelmäßig auf Videos von Persia X auch reacted, weil ich das immer recht wichtig fand, dass eine betroffene Person auch eine sehr klare Meinung zu gewissen Trends oder auch Äußerungen hat aus der Trans-Community, die auch klar kritisiert und auch sagt, ey, das ist gefährlich. Ich habe das hier durchgemacht selbst und das ist jetzt auch nicht unbedingt erstrebenswert, diesen Weg durchgehen zu müssen. Ich habe das für mich aber als richtig empfunden, bin diesen harten Weg gegangen, wurde auf der Straße schon angegriffen und Co. Und habe sehr viel für die Trans-Bewegung in Deutschland auch gemacht und das wurde komplett in diesem Video weggelassen. Und das finde ich einfach nur feige und nicht in Ordnung. Ich möchte euch jetzt eine kleine Sache aus ihrer Story mal zeigen von Persia X, was auch so ein bisschen aufzeigt, wie die Videos zum Teil aufgebaut sind. Und ich finde es nicht in Ordnung, wie man dort mit ihr umgeht. Klar kann man über einzelne Äußerungen vielleicht diskutieren und die auch als schwierig einordnen, rein theoretisch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand das immer sehr, sehr wichtig. Ich zeige euch jetzt aber erstmal diesen kleinen Ausschnitt, den ich euch jetzt aus der Story von Lynn hier mal zeigen möchte auf Instagram. Wo man sieht, okay, die Stimmung zwischen Ayyosha und ihr war die letzten Tage schon nicht gut. Auch direkt nach dem Video gab es immer mal wieder ein Hin und Her und jetzt geht es anscheinend weiter. Es wird wohl auch noch ein zweiter Teil gegen Persia X geplant. Man will sie jetzt canceln, fertig machen, die schlimmste Person überhaupt. Und das empfinde ich halt auch als ziemlich schwierig. Aber das ist so typisch, diese Bubble. Wie gesagt, man kann ja einzelne Dinge kritisieren. Man darf auch mal anderer Meinung sein. Das ist vollkommen legitim. Aber das, was jetzt da gemacht wird, empfinde ich als sehr, sehr unfair. Gerade bei einer Person, die es jetzt auf YouTube auch in der Vergangenheit nicht immer so einfach hatte, für die trans Menschen sehr viel getan hat in der Vergangenheit. Sehr viel Aufklärungsarbeit, ihren eigenen Weg dokumentiert hat. Die komplette Transition kann man von ihr miterleben. Und das ist ganz, ganz wichtig für viele gewesen. Und sie hat auch immer auch das von einem Psychologen, wie man es auch richtig machen sollte, und Ärzten begleiten lassen. Und das wird ja zum Teil schon fast verschrien auf TikTok und Co. von irgendwelchen Größen, die sagen, nee, das kann doch nicht wahr sein. Wenn ihr das nicht nehmen wollt, die Hormonblocker, dann lasst die halt einfach weg. Oder nehmt weniger. Ohne das dann vielleicht mit den Ärzten abzusprechen. Und das ist fatal. Und das muss man auch so aussprechen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das macht Persia X zuhauf. Und das wurde auch wieder, wie so typisch, in dieser Meinungsbloggerszene weggelassen. Und anstatt das große Ganze zu sehen und zu sagen, ja, okay, da sind vielleicht ein, zwei Sachen, die sehe ich anders persönlich. Und die Geschichte in der Vergangenheit fand ich schwierig. Die kann man vielleicht auch mal kritisieren im Nachhinein nochmal. Aber nicht zu sehen, was sie da auch alles geleistet hat und wie sie auch einstecken musste, ja, auch körperlich schon angegriffen wurde in der Vergangenheit, das finde ich dann feige, das nicht mit reinzunehmen. Und das ist halt so eine gängige Methode, habe ich ja auch schon miterleben dürfen, und dass man dann Videos abbekommt mit irgendwelchen Kritiken, wenn aber die Hälfte weggelassen wird. Hauptsache, man lässt die Person dann möglichst schlecht dastehen. Und das finde ich eine Schweinerei. Und deswegen stehe ich mich auch ganz klar der Persia X zur Seite. Aber ich möchte euch jetzt mal diesen kleinen Ausschnitt zeigen. Da sieht man auf jeden Fall, dass da der Beef am Aufkeimen ist. Ich bin auch gespannt, ob Persia X da auch nochmal ein Video plant. Wenn ihr wollt, kann ich auf dem DaVinci Uncut-Kanal auch mal so eine Reaction hochladen zu dem Ex-Post-Video, wo sie auch nochmal Bezug drauf nimmt. Da waren wirklich hanebüchene Dinge mit dabei. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die kleine Geschichte aus der Story. Wichtig, wenn es eine Person auf YouTube gibt, die eine große Reichweite hat, die nichts anderes macht, als systematisch Menschen fertig zu machen, nicht wissenschaftlich zu arbeiten, also Persia zum Beispiel, nie Interesse anhand an einem Dialog, sondern nichts anderes macht, als Mobbing zu kapitalisieren und immer wieder drauf zu hauen. Und dann ist es natürlich wichtig, Grenzen zu setzen. Ich habe dazu ein sehr schönes Reel auf Instagram gesehen. Auch eine Userin unter dem neuesten Bild und Posting von Persia X hat hier auch geschrieben, also das Video von Finesi, das ist übrigens eine der Personen, die das Video da gegen Persia X gemacht haben, dieses Ex-Post-Video. Und es wurde auf dem Channel von ihr hochgeladen. Und da wird jetzt auch gesagt, also das Video von Finesi kann man sich ehrlich nicht geben. Die ersten Sekunden komplett out of context und inhaltlich echt schwierig. Da sagt mal jemand was Kritisches gegen die aktuellen Entwicklungen und man wird gleich vernichtet. Laut den Kommentaren bekommen die auch nicht wirklich Zuspruch, deren Mission griff ins Klo. Also man merkt halt auch, dass die Mission, die sie da hatten, nicht funktioniert hat. Also Persia X hat eine sehr stabile Community, die da auch sehr klar auch ihr den Rücken gestärkt hat, was ich auch wichtig finde. Und ich habe auch das Video da als wirklich vollkommen hanebüchend wahrgenommen. Das kann ich hier nur noch mal unterstreichen. Man kann über einzelne Dinge in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart bei Persia X sicherlich sprechen und vielleicht auch mal Kritik äußern. Aber komplett einseitig zu berichten, Dinge wegzulassen und aus dem Kontext zu ziehen, empfinde ich halt als sehr unfair und nicht in Ordnung. Und das dann halt auch zu unterstützen von verschiedenen anderen Influencern, die da mitgearbeitet haben, unter anderem Aljoscha, finde ich auch nicht okay. Und da auch vielleicht noch weitere Dinge zu planen, nur um eine Person jetzt möglichst schlecht dastehen zu lassen, die eigentlich in der eigenen Community ist. Und anstatt zusammen mit ihr vielleicht einen Talk zu machen und zu sagen, ey, können wir vielleicht mal miteinander reden und mir ist da etwas sauer aufgestoßen, wie siehst du das? Da wäre, glaube ich, Persia X auch ziemlich gerne dabei. Ich hatte ja auch mit ihr ein Gespräch geplant mit dem Petplayer, das war ja auch zum Teil Thema, ja. In diesem Video, also Persia X hat sich ja nie gegen den CSD geäußert, sondern was da drumherum abgeht, ja, dass da Leute einfach auch mal Sex haben und Co. Und da hat sich ja Aljoscha auch absolut widersprochen und anscheinend auch gelogen bewusst, denn sie könnte ja auch belegen, dass das damals wohl so ein bisschen anders war. Und das alles finde ich irgendwie schwierig. Das hinterlässt bei mir wieder so einen typischen Fadenbeigeschmack, wie ich das auch bei mir, und deswegen stelle ich mich jetzt auch klar auf ihre Seite, erlebt habe, dass man sicherlich auch kritisch mal Dinge bei einem finden kann. Und dann kann man auch Dinge ändern. Und das hat sie ja auch in der Vergangenheit getan. Ich sage jetzt nur diese Islam-Videos, das ist uralt, ja. Warum grabt man denn sowas aus oder irgendwie eine einzelne Aussage, die einen vielleicht stört, anstatt vielleicht auch das große Ganze zu sehen und vielleicht auch zu schauen, wie ist denn da auch was gemeint? Will sie wirklich was Böses oder will sie wirklich auch bei so einem wichtigen Thema Leute aufklären? Es kann ja nicht sein, dass Leute sich meinen, da irgendwelche Hormone nicht mehr nehmen zu müssen oder selber dann irgendwie, ohne mit dem Arzt richtig zu reden, dann absetzen oder mal nehmen und mal nicht. Also das ist alles vollkommen verrückt, was ja teilweise auch auf TikTok vermittelt wird. Da fehlen mir hier die Worte. Ihr merkt schon, wie mich das auch selber irgendwie Kürre macht, was da teilweise erzählt wird. Und da muss man halt schon aufpassen. Und es ist wichtig, dass ein Psychologe und ein Arzt das Ganze betreut. Das kann sonst wirklich auch bereut werden. Und so ein drastischer Schritt, diesen Weg überhaupt für sich zu nehmen und sich dazu entscheiden zu wollen, das ist schon nicht so einfach. Und das hat Persia X ja nun auch auf YouTube dokumentiert. Von daher darf sie dort auch ihre Meinung haben, die auch vertreten. Und ich finde das schon sehr wichtig, auch wenn es nicht unbedingt dem Narrativ entspricht von diesen Leuten, die dieses Video dagegen sie gemacht haben, muss man doch akzeptieren, dass da auch im Fundament vorhanden ist. Dass da auch durchaus Punkte bei sind, die sehr wichtig sind. Und wenn man das außer Acht lässt, empfinde ich das als gefährlich. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum das da teilweise so vehement auch von Leuten verteidigt wird, was da in diesem Video gesagt wurde. Abgesehen davon, dass auch sämtliche Kommentare bei Finesi da wohl gelöscht werden, die pro Persia X sind. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das sein muss. Also wie gesagt, wenn es sachliche Kommentare sind, die jetzt niemanden beleidigen und die vielleicht auch das Thema unterstützen, sollte man auch die Kommentare zulassen. Das wird aber zum Teil wohl auch nicht gemacht. Aber nur gut. Das ist jetzt erst mal meine grobe Meinung dazu. Wie gesagt, ich bin jetzt auch mutig. Vielleicht lande ich auch im nächsten Video. Mir soll es jetzt aber auch egal sein. Ich finde es wichtig, da auch mal Flagge zu zeigen und auch zu sagen, ey, das finde ich jetzt echt ein bisschen einseitig und nicht cool. Unter den ganzen Videos von Persia X nur Mobbing rauszulesen und rauszuhören, ist absolut falsch. Und wichtige Dinge anzusprechen, gerade auch als betroffene Person, empfinde ich als wichtig und richtig, um dieses Meme hier auch nochmal reinzunehmen. Und das hat, finde ich, Persia X die letzten Jahre sehr gut gemacht und war eine der Vorreiterinnen, was die Transbewegung in Deutschland angeht. Und das finde ich eine Schande, dass da Leute sich verbünden und alles negative Versuchungen aus dem Kontext rauszusuchen und aus dem Kontext zu ziehen. Das ist, weiß ich nicht, das ist unsäglich und das macht man nicht. Aber na gut, das soll es dann für dieses Video das war gewesen sein. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.